Kapitel 6 Was der Engel wirklich sagt Kapitel 6.1 Ein Gesalbter Fürst vs. Der Gesalbte der Fürst In der Theologie ist der Begriff Hamaschiach Nagit bekannt, was der Gesalbte der Fürst bedeutet und eine Bezeichnung für Jesus Christus sein soll. Gedanklich orientiert man sich dabei an Daniel 9, Vers 25, wo diese Worte enthalten sein sollen. Viele Bibeln übersetzen auch so ähnlich. Vom Ausgang des Wortes bis zu dem Messias, dem Fürsten. Hamaschiach Nagit Eigentlich Hamaschiach Hanagit. Aber im Hebräischen steht das nicht. Im Hebräischen steht, vom Ausgang des Wortes bis zu einem Gesalbten Fürsten sind es. Das Wort Maschiach ist im Grundtext ein Adjektiv, Eigenschaftswort, und kein Substantiv, Hauptwort. Während also viele Bibelübersetzungen den Eindruck erwecken, in Daniel 9, Vers 25 stünde von dem Messias, der ein Fürst ist, steht im Grundtext eigentlich von einem Fürsten, der gesalbt ist. Die im Grundtext verwendete Formulierung legt also die Betonung auf Fürst und nicht auf Messias. Erschwerend kommt hinzu, dass man das Wort Maschiach, gesalbt, das eigentlich ein Adjektiv ist, zu Messias substantiviert, also aus einem Adjektiv ein Substantiv macht. In der folgenden Abbildung ist der hebräische Begriff rot umrandet. Unterhalb des Wortes Maschiach steht Adjektiv Maskulin Singular. Es geht hier also tatsächlich um einen gesalbten Fürsten und nicht um den Gesalbten, den Fürsten oder den Gesalbten, einen Fürsten, wie oft übersetzt wird, wobei der bestimmte Artikel hier eigenmächtig eingefügt wird, den der Grundtext aber gar nicht enthält. Viele Bibelübersetzungen übersetzen deshalb so, weil sie glauben, dass mit dieser Formulierung Jesus Christus gemeint sei. Aber bei genauerer Analyse des Grundtextes wird diese Unterstellung als eine solche entlarvt. Denn diese Formulierung, die in der Bibel mehrfach zu finden ist, müsste demzufolge durchgängig als Adjektiv übersetzt werden, gesalbt und nicht gesalbter. Die Abbildungen 4 bis 7 zeigen alle Stellen, in denen das Adjektiv gesalbt vorkommt. In alle 39 Referenzstellen wird das Wort Maschiach als Adjektiv übersetzt. Die einzige Ausnahme bildet Psalm 2, Vers 2, siehe roter Kasten, wo die New American Standard Bible NAS und die Byblos Interlinear Bible INT substantiviert übersetzen, sein Gesalbter. Aber sogar die King James Version übersetzt wird mit einem Adjektiv, sein Gesalbter, und nicht mit einem Substantiv. Wenn das so ist, müsste Maschiach aber auch in Daniel 9, Vers 25 als Adjektiv übersetzt werden. Ein Gesalbter Fürst und nicht der Gesalbte, der Fürst. Der folgenden Abbildung kann ebenfalls entnommen werden, dass auch in Psalm 2, Vers 2 das Wort Gesalbt ein Adjektiv ist. Der Grund, warum das Adjektiv Gesalbt immer wieder auch substantiviert übersetzt wird, Gesalbter, ist der, dass man es in enger Verbindung zu Jesus Christus bringen will, dessen Kommen mithilfe der 70-Jahr-Wochen-Berechnung aus Daniel 9, Vers 25 ermittelt werden soll. Aber die Auslegung muss dem Bibeltext folgen und nicht umgekehrt. Die Übersetzung darf nicht nach Belieben ein Adjektiv substantivieren, weil ein bereits vordefiniertes Ergebnis seine Bestätigung finden soll. Kapitel 6.1.2 Gesalbter oder Gesalbt Die Inkonsequenz bei der Übersetzung des Adjektivs Gesalbt wird auch in der folgenden Abbildung deutlich. In den beiden oberen, rot umrandeten Kästen sieht man, dass das Wort Gesalbt in Part of Speech als ein maskulines Hauptwort eingestuft wird. In der Definition hingegen wird mit Gesalbt und nicht als Gesalbter übersetzt. Diese Inkonsequenz setzt sich in der Wortanalyse der New American Standard Bible gelb umrandeter Kasten fort. Denn von den 39 Parallelstellen wird Gesalbt einmal substantiviert, also Gesalbter, 34 Mal Adjektiviert, Gesalbt, zweimal als Gesalbte, Plural, und zweimal sogar als Messias übersetzt. Die beiden Stellen, in denen Messias übersetzt wird, sind aus den vorgenannten Christus-affinen Gründen in Daniel 9 zu finden. Daniel 9, Vers 25 So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wie wohl in kümmerlicher Zeit. Und Daniel 9, Vers 26 Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Die eine Stelle, in der Gesalbter übersetzt wird, steht in Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Chores, den ich bei seiner rechten Hand ergreife. Kyrus ist bekanntermaßen ein Gesalbter, aber auch hier handelt es sich um ein Adjektiv und kein Substantiv. Es mag sein, dass das Hebräische diese Bedeutungsbreite zulässt, aber es ist eindeutig, dass das Wort Maschiach, Gesalbt, ein Adjektiv, Maskulin, Singular ist und lediglich hier und da in Form des Substantivs Gesalbter oder Messias übersetzt wird. Der Grund für die Substantivierung ist allein der, dass das Wort in die Nähe des Messias Jesus gerückt werden soll. Es ist also nicht nur eine Übersetzung, sondern bereits eine nicht immer zulässige Deutung des Wortes. Aber auch ein anderes wird deutlich. In Daniel 9, Vers 25 steht eindeutig von einem gesalbten Fürsten, was, wie oben schon angedeutet, die Nähe zu Jesus Christus nicht mehr so eindeutig erscheinen lässt, wie dies üblicherweise ausgelegt wird. Wenn aber die Betonung des Ausdrucks auf Fürst liegt und nicht auf Gesalbter, dann wäre es durchaus möglich und erlaubt, diesen gesalbten Fürsten auf Kyrus zu deuten, was in Übereinstimmung mit Jesaja 45, Vers 1 wäre, wo bekanntermaßen Kyrus als ein Gesalbter Gottes bezeichnet wird. Wenn es aber möglich ist, den Begriff Gesalbter Fürst auf den heidnischen König Kyrus anzuwenden, ist es dann auch möglich, ihn auf Antiochus Epiphanes anzuwenden und was genau bedeutet das Wort Nagit. Kapitel 6.1.3 Der Tanach Abschließend zeige ich hier einen Abschnitt aus einem originalen hebräischen Tanach, von mir im Jahr 2021 in der portugiesischen Synagoge Amsterdams käuflich erworben. Der Tanach belässt das Wort Maschiach Gesalbt in der Bezeichnung Maschiach Nagit Gesalbter Fürst als Adjektiv und übersetzt mit Gesalbter Herrscher bzw. Gesalbter Führer Englisch Lieder. Eine derartige Übersetzung ist im Hebräischen also möglich und erlaubt und wahrscheinlich sogar vorgeschrieben. Kapitel 6.1.4 Die Wortbedeutung von Fürst Aus der vorstehenden Abbildung Roter Kasten ist zu entnehmen, dass die Bedeutung Gesalbter Fürst sich sowohl auf einen König Israels beziehen kann als auch auf den Hohen Priester Israels als auch auf den heidlichen König Kyrus wie eben schon erwähnt. Besonders interessant ist, dass einige Autoren auch die Möglichkeit sehen, Seleukus IV. oder den Hohen Priester Onias als einen Gesalbten Fürsten zu verstehen, siehe gelber Kasten, was die hier behandelte Lesart des Begriffs ihn nämlich neben Kyrus auch auf Antiochus Epiphanes anzuwenden stützt. Denn Seleukus IV. war, wie Antiochus Epiphanes auch, ein Seleukiden-König und dessen unmittelbarer Vorgänger. Warum die Autoren Seleukus IV. als einen Gesalbten Fürsten verstehen, ist im oben genannten Kommentar nicht erklärt. Sie werden ihre Gründe haben. Aber wenn man von 605 vor Christus aus 62 Jahrwochen rechnet, dann kommt man nicht zu Seleukus IV., sondern zum Dienstbeginn von Antiochus Epiphanes. Seleukus IV. war der unmittelbare Vorläufer von Antiochus Epiphanes und die 434 Jahre der 62 Jahrwochen führen ins Jahr 171, dem Regierungsbeginn von Antiochus Epiphanes. Der Hinweis, dass unter einem Gesalbten Fürsten auch Seleukus IV. gemeint sein kann, kommt also insofern gelegen, als es grundsätzlich bestätigt, dass unter einem Gesalbten Fürsten problemlos auch jeglicher heidnischer König und somit auch Antiochus Epiphanes verstanden werden darf. Das ist wichtig. Kapitel 7 Der Startpunkt der 70 Jahrwochen Der Engel sagt, dass nach sieben Jahrwochen, nach 49 Jahren, ein Gesalbter Fürst kommt. Das ist laut Jesaja 45 Vers 1 Kyrus. Während also viele Ausleger unrichtigerweise behaupten, dass 49 Jahre nach dem Erlass des Ataxerxes Jerusalem wieder aufgebaut gewesen wäre, sagt der Text, dass 49 Jahre nach dem göttlichen Wort an Jeremia im Jahr 605 vor Christus ein Gesalbter Fürst komme, nicht aber, dass Jerusalem fertig gebaut sei. Dabei definiert der Engel den Beginn, den Ausgangspunkt, den Anfang der Berechnung der 70 Jahrwochen mit dem Zeitpunkt des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Das kann man nicht genug betonen. Die Bibel sagt nicht, dass nach sieben Jahrwochen Jerusalem wieder fertig aufgebaut sei, sondern sie sagt, dass nach sieben Jahrwochen ein Gesalbter Fürst kommen wird. Das Wort, das ausging, dient also lediglich als das Anfangsjahr, als der Startpunkt, von dem aus die sieben Jahrwochen bis zu dem Gesalbten Fürsten vergehen werden, nicht aber bis zur Fertigstellung Jerusalems. Mit anderen Worten, es ist von der Baugenehmigung auszurechnen und nicht bis zur Baufertigstellung. Das machen alle mir bekannten Ausleger erstaunlicherweise falsch. Warum nur? Wenn sie den Text genau lesen, müssten sie das eigentlich wissen, aber dann hätten sie kein Argument mehr, das erklären könnte, warum der Engel drei und nicht zwei Fristen ankündigt. Kapitel 8 Eine alternative Berechnung Jetzt soll eine andere, neue Berechnung der 70 Jahrwochen vorgestellt werden. In ihr werden die vom Engel erwähnten drei Perioden belassen, denn die ersten beiden, die sieben und die 62 Jahrwochen werden jetzt beide vom Jahr 605 gerechnet, dem Jahr, in dem Jeremia 25 geschrieben wurde. Es ist das Kapitel, das Daniel gelesen hat und worauf sich der Engel in Daniel 9 nachweislich bezieht. Die letzte Jahrwoche folgt mit großem zeitlichen Abstand erst in der Endzeit, denn dann werden die sieben Jahre der Herrschaft des antiken Antiochus Epiphanes durch den Antichristen deckungsgleich wiederholt werden. Aber der Reihe nach. In Jeremia 25 wird aufgrund von drei Zeitangaben, die dort enthalten sind, nämlich der Regierungszeit eines heidnischen Königs, eines jüdischen Königs und der Dienstzeit eines jüdischen Propheten immer auf das Jahr 605 vor Christus referenziert. Jeremia 25 enthält also gleich drei Zeitangaben zum Jahr seiner Abfassung und beginnt mit den Worten, das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Damit gibt Gott selbst den Befehl, dass Jerusalem und der Tempel wieder gebaut werden. Wenn man also von 605 vor Christus rechnet, kommt nach sieben Jahrwochen, nach 49 Jahren, Kyros, der laut Jesaja 45 Vers 1 ein Gesalbter ist. Denn nach sieben Jahren muss ein Gesalbter kommen. Wenn man dann auch die 62 Wochen vom Jahr 605 vor Christus rechnet, kommt man ins Jahr 171 vor Christus, dem Jahr des eigentlichen Regierungsbeginns von Antiochus von Antiochus Epiphanes als König. Hierzu muss ergänzt werden, dass das genaue Jahr, in dem Antiochus Epiphanes vom Vormund seines Neffen endgültig zum König avancierte, nicht bekannt ist. Aber das Jahr 171 vor Christus liegt innerhalb der hierfür zulässigen Zeitspanne. Mehr noch, nimmt man das aus den biblischen Texten errechnete Jahr 171 vor Christus als richtig an, und das sollten wir als bibelgläubige Christen tun, dauerte die Königsherrschaft von Antiochus Epiphanes exakt sieben Jahre, denn er starb im Jahr 164 vor Christus. Das ist aber exakt genau so lange, wie die letzte siebzigste Jahrwoche dauert, in der der Antichrist, das endzeitliche Pendant von Antiochus, herrschen wird. Im Gegensatz zur bisherigen falschen Berechnung, in der das Todesjahr Christi ohne jegliche Quelle grundlos behauptet wird, ist das Anfangsjahr des Antiochus Epiphanes durch die Bibel exakt bestimmt. Antiochus regierte als König sieben Jahre, von 171 bis 164 vor Christus. In der Mitte seiner Amtszeit, im Jahr 168 vor Christus, verwüstete er Jerusalem und entheiligte den Tempel, genau wie der Antichrist das in der Endzeit tun wird. Denn der Antichrist ist eine Wiederholung des historischen Antiochus Epiphanes. Beide gleichen sich aufs Haar, in ihrer ethnischen und regionalen Herkunft, ihrer Regierungszeit, ihrer Gottlosigkeit und in dem, was sie Jerusalem angetan haben bzw. noch antun werden. Weil beide derart konkurrente Persönlichkeiten in Gottes Heilsgeschichte sind, könnten wir gedanklich die Regierungszeit beider Herrscher übereinander legen. Sie sind deckungsgleich. Wenn man die 70. Jahrwoche so verschiebt, dass sie von der Endzeit unmittelbar an die 62. Woche anschließt, ist sie konkurrent mit der Regierungszeit von Antiochus Epiphanes. Das ist nicht zufällig so. Denn beide haben das Gleiche getan bzw. werden das Gleiche tun, nämlich in Jerusalem in der Mitte ihrer Amtszeit einen Gräuel der Verwüstung anrichten, weil beide die Einwohner von Jerusalem gemeuchelt haben bzw. meucheln werden. Damit wird verständlich, warum die 70. Jahrwoche von den ersten Jahrwochen abgetrennt ist. Gottes Heilsgeschichte ist bei und mit Antiochus Epiphanes unterbrochen worden. Die ersten 62 Jahrwochen endeten mit der Regierung des antiken Antiochus Epiphanes, Weshalb Daniels Prophetie die Auflistung seloikidischer Herrscher in Kapitel 11 mit ihm abschließt. Diese Regierungszeit des antiken Antiochus wird wieder aufgenommen, wenn der Antichrist in der 70. Jahrwoche kommen und den Gräuel wiederholen wird, den schon der antike Antiochus Epiphanes in Jerusalem angerichtet hat. Deshalb verweist Jesus in Matthäus 24 Vers 15 auf ihn, wenn er sagt, Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf. Jesus bezieht sich dabei auf Daniel 11 Vers 31, wo steht, Und es werden seine Heere daselbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Dieser Vers 31 bezieht sich noch auf den antiken Antiochus Epiphanes, denn der endzeitliche eigenwillige König, der Antichrist, wird erst ab Daniel 11 Vers 36 beschrieben. In Daniel 11 Vers 31 wird also noch der antike Antiochus Epiphanes gezeigt und der hat im Jahr 168 vor Christus in der Mitte seiner Amtszeit diesen Gräuel angerichtet, als er in Jerusalem einfiel, dort zehntausende Menschen tötete und das tägliche Opfer abtat. Dieser Gräuel der Verwüstung in Vers 31 bestand nicht in der Aufrichtung einer römischen Feldstandarte durch Titus im Jahr 70 nach Christus wie immer behauptet wird, sondern es ist das Massaker an den Juden durch den antiken Antiochus im Jahr 168 vor Christus. Dass Jesus in Matthäus 24 für die Endzeit dennoch auf ihn verweist, bedeutet, dass sich eben dieser Gräuel eines Massakers in Jerusalem wiederholen wird, und zwar an den wiedergeborenen Juden in der 70. Jahrwoche. Aber es wird nicht von einem Römer wiederholt, sondern von einem endzeitlichen Seleukiden, einem Syrer, einer Kopie des antiken Antiochus, dem Antichristen. Kapitel 8.1 Intermezzo Regelmäßig wird der Gräuel der Verwüstung auf die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus durch die Römer gedeutet. Aber diese Deutung birgt ein schwerwiegendes Problem. Die Zerstörung des zweiten Tempels liegt außerhalb der 70 Jahrwochen, ganz gleich, wie man sie berechnet. Nimmt man die bisherige Kalkulation, enden die ersten 69 Jahrwochen im Jahr 32 nach Christus. Aber der zweite Tempel ist erst 38 Jahre später zerstört worden. Und die 70. Jahrwoche kommt ja erst noch. Damit liegt die Zerstörung des zweiten Tempels zwischen den ersten 69 und der letzten 70. Jahrwoche und damit außerhalb der 70 Jahrwochen und kann deshalb nicht Gegenstand der Daniel Prophetie sein. Wenn aber die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus in der Daniel Prophetie nicht enthalten ist, kann dessen Zerstörung in den Versen in Daniel 9 und Matthäus 24 nicht gemeint sein. Das ist wichtig. Unterstellt man hingegen, dass die 70. Jahrwoche bereits abgelaufen sei, würden die 70 Jahrwochen im Jahr 39 nach Christus geendet haben. Aber von da aus sind es immer noch 31 Jahre bis zur Zerstörung des zweiten Tempels. Also liegt auch in dieser Kalkulation die Zerstörung Jerusalems außerhalb der 70 Jahrwochen. Unterstellt man schließlich, dass die hier gezeigte Kalkulation richtig ist, enden die ersten Jahrwochen bereits im Jahr 171 vor Christus. Von da aus sind es aber noch 241 Jahre Es ist also gleich, wie man die 70 Jahrwochen berechnet, die Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus liegt außerhalb der in der Daniel Prophetie definierten Zeiten. Sie kann damit also nicht gemeint sein, denn der Zeitrahmen, den der Engel in Daniel 9 vorgibt, reicht in keinem Fall bis zum Jahr 70 nach Christus. Das ist für die landläufigen Deutungen eine unangenehme Tatsache, aber es ist biblisch und muss in der Auslegung unbedingt berücksichtigt werden. Ich bin der Ansicht, dass mit dem Gräuel der Verwüstung, den Jesus in seiner Endzeitrede vorhersagt, nicht die Zerstörung des zweiten Tempels gemeint ist, sondern das Massaker, das der Antichrist in der Endzeit an den wiedergeborenen Bürgern in Jerusalem verüben wird. Das Thema der Wiedergeburt Jerusalems wird ausführlich im neuen Handbuch der biblischen Prophetie behandelt. Es hierzu wiederholen sprengt den vorgegebenen Rahmen. Beide Gestalten, der antike Antiochus Epiphanes und der endzeitliche Antichrist sind also Janusköpfig. In Gottes Prophetie sind sie gedanklich die gleiche Person. Sie ähneln sich so sehr, dass die Beschreibung des antiken Antiochus Epiphanes mühelos auf den endzeitlichen Antichristen adaptiert werden kann. Einmal mehr wird deutlich, dass eschatologische Aussagen vor dem Hintergrund des Alten Testaments erfolgen und mit diesem aufs Engste abgestimmt werden müssen. Alles andere ist Spekulation, wozu ich auch und insbesondere die Rom-Theorie zähle. Zur personalen Konkurrenz des antiken Antiochus Epiphanes und des endzeitlichen Antichristen noch folgende Anmerkung. Eine leibliche Wiederauferstehung des Antichristen in der Endzeit in dem Sinne, dass er getötet würde, wieder auferstünde und so die Auferstehung Christi nachäffen würde, kennt die Bibel nicht, auch wenn dies immer wieder behauptet wird. Es geht also nicht um eine leibliche Wiederauferstehung, sondern eine politische, dann nämlich, wenn der Antichrist während seiner siebenjährigen Herrschaft das gleiche tun wird, wie der antike Antiochus Epiphanes. Kapitel 8.2 Grafische Darstellung des Textes Zum besseren Verständnis habe ich den Start und den Zielpunkt sowie die zu berechnenden Fristen im Text wie folgt dargestellt. Erstens der Startpunkt der 70 Jahrwochen ist das Wort Gottes an Jeremia, das Jerusalem wieder zurückgeführt und gebaut wird. Es erging laut Jeremia 25 Vers 1 im Jahr 605 vor Christus. Zweitens der Zielpunkt ist das Kommen eines gesalbten Fürsten. Drittens Einmal wird diese Frist mit sieben Jahrwochen angegeben und reicht bis Kyrus. Ein zweites Mal wird sie mit 62 Jahrwochen angegeben und reicht bis zu Antiochus Epiphanes. Kapitel 8.3 Begründung der Berechnung Die erste Periode mit den sieben Jahrwochen die bis Kyrus reicht hat gleich zwei Zwangspunkte. Zum einen muss der Startpunkt das Jahr der Abfassung des Kapitels 25 im Buch Jeremia sein, denn das hat Daniel gelesen und hierzu gibt der Engel in Daniel 9 seine Erklärung ab. Es war das Jahr 605 vor Christus. Der zweite Ausgangspunkt ist, dass nach sieben Jahrwochen ein Gesalbter Fürst kommen muss und das ist laut Jesaja 45 Kyrus im Jahr 556 vor Christus. Hängt man an das Jahr 556 vor Christus die 62 Jahrwochen, also 434 Jahre unmittelbar an, kommt man ins Jahr 122 vor Christus. In diesem Jahr ist aber nichts heilsgeschichtlich maßgebliches passiert. Weder kam ein Gesalbter Fürst noch geschah sonst irgendetwas Bedeutendes. Würde man die 62 Jahrwochen weiter vorschieben, beispielsweise so weit, dass deren Ende das Jahr 32 nach Christus erreichen würde, entstünde eine zeitliche Lücke von 154 Jahren zwischen den ersten sieben und den 62 Jahrwochen, die aber mit keiner biblischen Aussage zu erklären wäre. Damit hingen die 62 Jahrwochen buchstäblich in der Luft, ohne einen festen Bezugspunkt zu haben. Wo und wie soll man diese Frist nun sinnvoll verorten? Nochmals zurück zu den ersten sieben Jahrwochen. Sie haben gleich zwei fest definierte Zwangspunkte, deshalb ist ihre Position klar definiert und nicht mehr verschiebbar. Denn nur wenn die ersten sieben Jahrwochen im Jahr 605 vor Christus beginnen, sind sie in der Lage, alle vom Engel geforderten Vorgaben zu erfüllen. Die einzig verbleibende Möglichkeit zur Verortung der 62 Jahrwochen ist, sie ebenfalls im Jahr 605 vor Christus beginnen zu lassen. Dann aber reichen sie erstaunlicherweise exakt bis zum Regierungsbeginn von Antiochus Epiphanes im Jahr 171 vor Christus. Mehr noch, dass bei einer Berechnung der 62 Jahrwochen ebenfalls von 605 vor Christus aus der Regierungsbeginn des Kyrus und der des Antiochus Epiphanes getroffen werden, ist mehr als beachtlich und geradezu ein großartiges Ergebnis. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Fristen auf gleich zwei prominente Herrscherfiguren verweisen, die auch noch absolute Exponenten der biblischen Heilsgeschichte sind, ist mehr als gering. Es muss offensichtlich beabsichtigt gewesen sein. Dass also bei dieser Berechnung gleich zwei Herrscher, zwei gesalbte Fürsten getroffen werden, plausibilisiert und beweist die Richtigkeit der hier vorgenommenen Berechnung, so unwahrscheinlich sie auf den ersten Blick auch scheinen mag. Dazu kommt, dass Antiochus Epiphanes den größten Raum in der gesamten Daniel-Prophetie einnimmt und die Daniel-Prophetie in seiner Person geradezu gipfelt. Das alles ist bei einer Berechnung, die mit dem Erlass des Ataxerxes im Jahr 445 vor Christus startet, nicht der Fall. Denn rechnet man von dort aus sieben Jahrwochen, kommt man ins Jahr 396 vor Christus, in dem aber weder ein gesalbter Fürst gekommen ist, noch Jerusalem wieder gebaut wurde. Diese und weitere Vorgaben, die der Engel in seiner Erklärung gibt, werden mit der herkömmlichen Berechnung also nicht erfüllt. Sie ist daher falsch, so interessant sie auch klingen mag. Denn der Startpunkt stimmt nicht, die Berechnung passt nicht, denn man muss sie erst mühsam durch Umrechnung von Mondjahren in Sonnenjahre auf das gewünschte Ergebnis anpassen, das Sterbejahr Christi ist nicht bekannt, man plausibilisiert also auf ein unbekanntes Referenzjahr, man wählt einen heidnischen König, der den abschließenden Wiederaufbau Jerusalems befohlen haben soll, statt das dem Gott Israels zu überlassen, man reduziert drei Perioden auf nur noch zwei, weil man die ersten sieben und 62 Jahrwochen unerlaubter Weise zu 69 Jahrwochen addiert und so weiter und so fort. Damit ist ausreichend bewiesen, dass die bisherige Berechnung der 70 Jahrwochen bis auf Christus hinfällig, weil falsch ist. до ... ... ... ... Vielen Dank.